Frühstück bei Stefanie Es ist ja wie es ist. Steffi! Machst mir Meckbrötchen? Ne, muss ich ja schmieren. Möchen sogar nimmt ihr selber, ne? Udo, wie geschaut hast du denn an der Flan? Ja, ich hab regelrecht nen Tick. Ich kann Metall nicht mehr normal anfassen. Nur so ganz vorsichtig. Ich hab Panik wegen meiner neuen Schuhe. Die hab Killersohlen. Was haben die? Killersohlen. Guck mal hier, meine Mutter hat mir neue Schuhe mitgebracht. Oh, mit Leder. Ja, und Krebsohle ist irgendwo wieder in. Und dann kriegst du ja ständig einen gewischt, wenn du wo anfährst. Bei mir ist es ja noch mehr als bei anderen. Wieso das denn? Ja, ich hab ja eine etwas reibungsintensive Gangart. Schön gesehen, ja. Ja, und wenn ich zu Hause über den Teppichboden gehe oder hier bei Steffi ein Laminat, dann lädt sich da was auf. Ja, dann mach doch was dagegen oder schmeiß ich Schuhe weg. Ja, was denn? Ja, ich löse das zu Hause so. Ich hab da hier im Wohnzimmer so nen schönen grauen Nadelflies. Ja, ist auch praktisch. Und dann hab ich ja so Kortpusten mit Gummisohle und dann leg ich da alte Joghurtdeckel rein und dann leitet das ab. Allein schon? Joghurtdeckel in die Schuhe? Also denn? Ja, als Blitzableiter. Ja. Mhm. 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 Wieso? Ist was? Nein, nein, ich hab auch mit Roggi auf dieses Theater, wenn Besuch kommt. Auf, Roggi. Ja, was macht er denn da? Ja, er hat dann auch für Leute zu in seine Bomberjacke, Polyester, und dann scheuert er sich dann ja mal gerne, ne, ne Beine. Also meine Schwester zum Beispiel mit ihren Mikrofaser-Leggings, ne? Ja. So, dann geht er in die Küche an seinen Wassernapf, dann macht er Bombs und er liegt minutenlang auf der Seite mit verdrehten Augen. Uh, ja. Von diesen Stromschlägen, ne, Marocki? Nein. Das macht mir richtig Sorgen. Ja, zu Recht. Ich weiß, wovon die Rede ist. Also... Ne? Und deshalb, also... Das ist natürlich wieder das Gefährliche an Mikrofaser, wenn du einen Hund hast. Ja, das ist ja wohl Einzelschicksal. Naja. So, dann will ich mal abkassieren. Udo, von dir krieg ich dann 3,60. Steffi, sei mir nicht böse. Ich möchte momentan keine Münzen anfassen. Also... Ja. Fühl ich mich nicht wohl bei. Ne, wirklich. Also, äh... Wett macht ein Rietz? Ich brauche noch einen männlichen Hund mit fünf Buchstaben. Vorne er. Ja. Also, Franz, willst du mich jetzt hochnehmen, oder? Nein, das steht hier wirklich. Das gibt's ja nicht. Krogi, du bist beruint. Frühstück bei Stefanie.